Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, in dem sich alles um Smartphones dreht. Während neue Geräte mittlerweile mit Anschaffungspreisen von über 1000 Euro zu Buche schlagen, finden sich im Handel auch zahlreiche Modelle wieder, die trotz einer hervorragenden Ausstattung überraschend günstig zu haben sind. Genau auf diese Modelle haben wir uns konzentriert, denn in unserem Video stellen wir dir die 5 besten Smartphones unter 300 Euro vor. Alle hier vorgestellten Geräte haben wir natürlich wie gewohnt für dich in der Videobeschreibung verlinkt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unserem Video und den hier vorgestellten Smartphone-Empfehlungen. Poco X3 Für einen Preis von knapp über 200 Euro hat dir das Poco X3 eine ganze Menge zu bieten. Es verfügt über ein 6,67 Zoll großes LCD-Display, das mit einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixel sowie einer Pixeldichte von 395 ppi daherkommt und dank robusten Gorilla Glass 5 auch versehentliche Stürze auf den Boden ohne ärgerliche Kratzer oder ähnliche Displayschäden übersteht. Im Inneren des Geräts werkelt ein leistungsstarker Snapdragon 732G-Prozessor aus dem Hause Qualcomm, dem starke 6 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen. Der 64 GB große Speicher lässt sich mit Hilfe einer separat im Handel erhältlichen MicroSD-Karte auf Wunsch um bis zu 256 GB erweitern. Neben dem äußerst coolen Design des Smartphones, das wahlweise in den Farbtönen Shadow Grey oder Cobalt Blue erhältlich ist, weiß vor allem die integrierte Kamera auf ganzer Linie zu überzeugen. Die leistungsstarke AI Quadcam fertigt Schnappschüsse mit einer Auflösung von 64 Megapixeln an und ist dank ihrer fest verbauten Objektive auch dazu in der Lage, perfekte Ultra-Weitwinkelbilder, Landschaftsaufnahmen, Portraitbilder und Makrofotos anzufertigen. Auch der eingebaute Akku des Poco X3 zeigt sich von seiner besten Seite. Mit einer Kapazität von stolzen 5.160 mAh übersteht er problemlos jeden noch so langen Tag. Übrigens, als Betriebssystem ist MIUI 12 auf Basis von Android mit an Bord. Du kannst also problemlos all deine Lieblings-Apps nutzen. Moto G9 Plus Das zweite Smartphone unter 300 Euro, das wir dir hier vorstellen möchten, ist das Moto G9 Plus von Motorola. Das in den coolen Farbtönen Blau, Bronze und Grün erhältliche Gerät ermöglicht dir dank seines leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 730G Prozessors in Kombination mit 4 GB RAM einen pfeilschnellen Genuss von Internet, Apps und Spielen, während das 6,8 Zoll große LCD-Display dank einer hervorragenden Auflösung von 1080 x 2400 Bildpunkten und einer Pixeldichte von 387 PPI für knackig scharfe Darstellungen in jeder erdenkbaren Situation sorgt. Du liebst es in deiner Freizeit nicht nur Schnappschüsse, sondern auch besonders ansehnliche Bilder aufzunehmen? Die geniale Quad-Kamera des Moto G9 Plus macht dies dank ihrer Vielseitigkeit möglich. Während das 118-Grad-Ultra-Weitwinkelobjektiv viermal mehr als ein herkömmliches Standardobjektiv erfasst, zaubert der integrierte Tiefensensor auf Wunsch einen coolen Unschärfe-Effekt in den Hintergrund. Und dank der zusätzlich verbauten Makro-Vision-Kamera kannst du auch gestochen scharfe Makro-Bilder aus nächster Nähe aufnehmen. Damit dir bei deinen nächsten Fotoshootings nicht der Akku schlapp macht, hält dieser dank seiner Kapazität von 5000 mAh bis zu zwei Tage durch und ist dank seiner Schnellladefunktion innerhalb weniger Minuten wieder startklar. Zu den weiteren Highlights des Moto G9 Plus gehören unter anderem ein Fingerabdrucksensor und eine 2D-Gesichtserkennung. Und das alles zu einem Preis von knapp 270 Euro. Xiaomi Redmi Note 9 Pro Und schon sind wir bei unserem dritten Smartphone unter 300 Euro. Dem Xiaomi Redmi Note 9 Pro Für einen Preis von rund 270 Euro bekommst du mit diesem Modell eine ganze Menge geboten. So darfst du dich beispielsweise auf ein angenehm großes 6,67 Zoll IPS-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2340 Bildpunkten und einer Pixeldichte von 386 ppi freuen, mit dem sich sowohl Filme und Serien als auch hochauflösende Spiele in gestochen scharfer Bildqualität genießen lassen. Der leistungsstarke Okta Qualcomm Snapdragon TM 720G Prozessor sorgt zugleich für ein ruckeloses Smartphone-Erlebnis beim Surfen und Spielen. Die eingebaute Digitalkamera des Xiaomi Redmi Note 9 Pro verfügt über vier einzelne Kameralinsen mit einer Auflösung von jeweils 16 Megapixel, durch die bei jeder Aufnahme vier Bilder gleichzeitig angefertigt und zu einer stets optimalen Aufnahme zusammengesetzt werden. Wenn du hingegen etwas mehr künstlerische Freiheit bevorzugst, wirst du dich sicherlich darüber freuen, dass sich mithilfe der Ultra-Weitwinkelkamera einer Makrolinse sowie einer Bokehlinse für bewusst unscharfe Hintergründe in nahezu jeder erdenkbaren Situation beeindruckende Bilder anfertigen lassen. Alternativ kann das Smartphone auch hochauflösende 4K-Videos aufnehmen, diese auf seinem HD-Display jedoch nicht in der Originalauflösung wiedergeben. Das ist aber natürlich problemlos auf einem vorhandenen 4K-Fernseher oder 4K-Monitor möglich. Auch der leistungsstarke Akku des Xiaomi Redmi Note 9 Pro kann sich sehen lassen. Mit einer Kapazität von satten 5020 mAh muss er sich nämlich keinesfalls hinter den Akkus von deutlich teureren Smartphones verstecken. Realme 7 Pro Das Realme 7 Pro ist in den beiden coolen Farbtönen Mirror Blau und Mirror Silber erhältlich, hat aber deutlich mehr zu bieten als nur ein ansprechendes Design. Das besondere Highlight dieses Modells stellt definitiv das 6,4 Zoll große Display dar, bei dem es sich um eine super AMOLED-Ausführung mit einer Bildauflösung von 1080 x 2400 Pixel und einer Pixeldichte von 409 ppi handelt. Der besten aller bislang in diesem Video vorgestellten. Für ausreichende Geschwindigkeit beim Surfen, Spielen und Filme schauen sorgt ein leistungsstarker Qualcomm Octa-Core Prozessor, dem 8 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicherplatz in Höhe von 125 GB kann zudem mit Hilfe einer MicroSD-Speicherkarte nachgerüstet werden. Zur Aufnahme von gestochen scharfen Fotos und Videos steht beim Realme 7 Pro eine 64 Megapixel Quad-Kamera zur Verfügung, die sowohl Weitwinkelaufnahmen als auch Portraits und Makro-Bilder in beeindruckender Qualität beherrscht. Wenn du lieber Videos aufnimmst, ist dies wahlweise in 4K oder in Full HD möglich. Zudem sorgt hier das integrierte Ultra Nightscape Video Feature auch bei Nachtaufnahmen für überraschend helle und klarere Nachtaufnahmen bei gleichzeitiger Rauschunterdrückung. Weitere Highlights für dieses rund 270 Euro erhältliche Smartphone sind unter anderem eine 32 Megapixel Selfie-Kamera, zwei überzeugende Stereo-Lautsprecher und eine praktische 65 Watt SuperDart Charge-Funktion, die eine Aufladung des kompletten Akkus innerhalb von nur 35 Minuten ermöglicht. Samsung Galaxy M31 Falls dir unter den bisher vorgestellten Handys ein namenhafter Anbieter gefehlt hat, holen wir dies nun mit dem Samsung Galaxy M31 nach. Dafür, dass dieses Modell schon für rund 230 Euro im Handel erhältlich ist, bietet es seinem Käufer definitiv eine Vielzahl an Vorzeige-Features. Da wäre beispielsweise das hochauflösende 6,4 Zoll Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2400 Bildpunkten und einer Pixeldichte von 418 ppi, welches seine Stärken sowohl beim Anschauen von Videos als auch beim Spielen von modernen Games unter Beweis stellt. Damit dies alles ohne lästige Ruckler oder Aussetzer über die Bühne gehen kann, arbeitet im Inneren des Geräts ein kraftvoller Octa-Core-Prozessor mit vier Kernen, der in Kombination mit 6 GB RAM einen hervorragenden Job macht. Falls dir die 128 GB Speicherplatz nicht ausreichen, ist das überhaupt kein Problem, denn mithilfe einer MicroSD-Speicherkarte kannst du diese um bis zu 512 GB ausweiten. Mit den insgesamt vier verbauten Kameraobjektiven bist du für nahezu jede Situation bestens gerüstet und kannst ohne viel Erfahrung im Bereich der Fotografie einzigartige Landschaftsaufnahmen, gelungene Portraitbilder und beeindruckende Makroaufnahmen anfertigen. Zur Herstellung von coolen Selfies steht zudem eine zusätzliche Frontkamera mit 32 Megapixel Auflösung zur Verfügung. Entsperren lässt sich das Samsung Galaxy M31 übrigens ganz einfach per eingebautem Fingerabdrucksensor oder intelligenter Gesichtserkennung. Und falls der leistungsstarke 6000 mAh Akku tatsächlich mal an seine Grenzen gelangen sollte, ist er dank der genialen Schnellladefunktion im Handumdrehen wieder einsatzbereit. Das Galaxy M31 ist wahlweise in den Farbtönen Black, Blue oder Red erhältlich. Das war sie, die Top 5 der besten Smartphones mit einem erschwinglichen Anschaffungspreis von unter 300 Euro. Alle hier vorgestellten Geräte haben wir dir unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like von dir freuen. Und insofern du es nicht schon längst getan hast, kannst du natürlich auch gerne unseren Kanal TechMars abonnieren oder ihn deinen Freunden empfehlen. Also dann, bis zum nächsten Video. Dein Team von TechMars Dein Team von TechMars Dein Team von TechMars Vielen Dank.